Herr Bommert, den wievielten Tag unserer Kanu-Reise haben wir denn heute? Ich hab auch nicht aufgepasst. Ich glaube Tag 5. Heute ist Donnerstag. Macht nichts. Ich glaube Tag 5. Ist aber auch nicht schlimm. Die Sonne brennt vom Himmel. 13.000 Grad und die Linse ist dreckig. Also der Herr Bommert und ich haben uns schon mit Sonnenschutzfaktor 50 plus eingereben. Möglicherweise ist das von Vorteil heute. Ist auch echt windstill. Das ist krass. Und du heute so halblangärmlich und nicht mal kurzärmlich. Das ist ja quasi kurzärmlich. Du musst doch auch noch ein bisschen den Style renken. Komm wird schon von Badehosen. Na klar. Das ist quasi Tacticool. Tacticool, genau. Untertitelung. Musik 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 Ding dong Ding dong Eisberg voraus Hallo Maja Na willst du rumsteigen? Komm ruhig rüber Können wir noch eine Runde kuscheln? Coolere Boot? Ich glaube nicht, dass es das coole ist Vertrau mir, du hast ein Isomat und eine Decke Das ist so süß, wenn sie den Kopf schief legt Ne? Oder willst du rüber? Richtig jetzt gut was zu sagen Komm rüber Maja Nein, 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 nein Machs gut So liebe Kinder, Tag 5 Heute ist richtig geil Weil kein Wind Nix Hier ballert richtig die Sonne Heute werden wir uns spätestens den ernsten Sonnenbrand holen Herr Bommert hat sich schon vorbildlich eingecremt mit Sonnenschutzfaktor 50 plus Fünfzigtausend Fünfzigtausend Denn wir kriegen heute drölfzig Millionen Grad Mindestens Drölf Millionen Grad In Deutschland sind wir gerade 1,3 Millionen Möglich, dass in Deutschland gerade mindestens 36 Grad sind Hier sind... Müsste ich auch mit dem Handy gucken Was meinst du, wie gewarnt das ist? 26 Grad? Aber jetzt schon, ne? Krass Naja, wird doch ein bisschen wärmer heute in Schweden Mit dem Mittag schon satt, ne? DING DONG So, liebe Kinder, wie geht's euch? Das stimmt. Da drüben, ne? Ich muss noch ein Pflegestock drin. Welter berühmter, legendärer Bockwasser-Szene. Hey, wie funktioniert das mit dem Wagenbommel? Das haben wir tatsächlich noch nie probiert. Wir haben den mal angehoben und dann einfach drunter gebaut. Also, was aus dem Wasser? Ich überlege gerade, ob wir das mal probieren. Da sind wir, glaube ich, noch mal, bis die Idee kommt. Dann brauchst du halt nicht so hoch. Okay, hier ist so eine Stritte. Ja. Und jetzt? Die krieg ich. Und das andere hast du bei dir. Und dann? Einfädeln. Ich weiß noch nicht so richtig, wie die Konstruktion funktioniert. Ich hab mir die vorher noch nicht angeguckt. Ah, okay, alles klar, ich hab hier so ein Ding. Eigentlich ist das so. Meine Idee wäre jetzt folgende. Weil hier ist ja relativ breit. Die 110 und 112 fahren jetzt rüber. Kommen mit den zwei Kahnwagen wieder her. Und da schmeißen wir die anderen beiden Boote mit drauf. Hast du eine bessere Idee? Ist das weit gewesen? Zwei Kilometer. Zwei Kilometer. Ist das jetzt die zwei Kilometer? Zwei Kilometer? Zwei Kilometer? Aber war das nicht kurz hier jetzt? Na ja, runter, Landstraße. Ist das schon die Landstraße ziehen? Ja, Heidenei. Jetzt ist es drinnen. Das ist, äh, ja. Wir müssen uns auch noch nach vorne ziehen. Das ist einmal durch den Ort durch. Landstraße komplett. Durch den Ort durch und ins Wasser. Los, komm. Ne, berghoch fühle ich voll. Passt das mit dem Wagen? Ja. Danach gehts runter, danach gehts hoch, Digga. Der ist auch nicht mittig, aber das ist nicht schlimm. Doch, der ist ziemlich mittig. Okay, cool. Wir machen hier gerade so eine hübsche kleine Kanu-Untragung. Und hier siehts irgendwie ganz schön, ganz schön lost aus hier. In dem. In dem kleinen Örtchen. Schon ein bisschen spannend. Der ist ganz schön lost, der Volvo. Also ich finde diese Kanu-Tour, die macht richtig Spaß. Ja. Oder, Bommel? Ist geil. Ja. 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 Man muss mit so einem Kanu auch mal so einen Wanderweg gehen. Fühle ich. Ja. 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 So. Hat mich ja den Sensenpfied bestimmt umgeboxt. Ja. Ja. Na, hattet ihr genauso viel Spaß wie wir? Ja, richtig viel Spaß. Bommel hat schon wieder Streit angefangen mit Sensen Beat. Ja, hat das schon gemacht. Aber dieser war Sensen Beat. Nun genau. Warte, 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 nicht mit dem Wagen rein. Kann ich euch nicht empfehlen, ihr kriegt den Wagen sonst nicht mehr raus. An der Stelle haben wir den Wagen abgemacht. Okay. Wollen wir das nicht sagen? Orientierung und Schilder lesen ist nicht so deins, ne? Doch, schon. Aber ich bin da clever. Ich hab ja zurückgeguckt und hab das blaue Schild gesehen. Ich dachte, ey, wieso zeigt denn da ein Schild in die Richtung da übersetzen? Und dann dachte ich so, wenn da ein Schild steht, dann ist da bestimmt woanders auch noch ein Schild. Und das war außer. Also hier? Ja. Ja, dann bauen wir es hier runter und schieben den Rest rein, oder? Ja. Ja, sonst gehen wir hier gleich... Es ist einfach... Ja, wollt ihr... Ihr wollt ins Wasser rein? Okay, stopp, jetzt können wir die hinter uns schon mal ablassen? Äh, annehmen? Praktisch? Ne, brauchen wir nicht. Klinger Luft. Achso. Ne, das war mein Plan tatsächlich. Ich hab mitgedacht. Warum macht ihr körperliche Gewalt? Körperliche Gewalt? Das fassen wir jetzt an der Sturmweg. So. Was ist der Plan? Ja. Wir müssen ja eh drüben wieder welche aufladen. Wir müssen einfach mit hochheben, oder? Okay. Guck mal hier. Mach doch dran. Ja, man zieh. Wir flogen raus. Wie soll man da nicht rankommen? Wir flogen raus. Wir flogen raus. Ich hab's dabei. Mhhh, meine Damen und Herren, es wird wieder gepaddelt. Nach dieser spannenden Umfahrung stechen wir jetzt wieder in den See. Guck mal hier! Das ist ein bisschen hier. Ja, ja, wer ist hier? Und... Nice! Du wolltest ausländischen? Ausländischen, willst du jetzt? Ja, jetzt hier, wo du bist. Okay. Okay. Aber nur einmal, der Michael hat es zweimal gemacht. Schön, dann weißt du ja, der Michael wieder geht. Ja, Daniela. Oder nicht Katja. Genau. Wow, wie schön höflich hier wieder alle sind. So richtig zum Kotzen mit euch. So. So. Hier, guck mal. Wir sitzen. Wir müssen nach rechts. So genau. Ja, es ist mehr Weg für alle. Scheiße, ey. Was ist denn hier los? Ich hoffe, das Ding hängt richtig fest. Okay. Tja. Ein bisschen abenteuerlich. Ach du Kacke, Alter. Jene von den Leuten haben ja auch noch Kinderraten. Die kannst du auch nicht einkratzen. Ja. Gehen wir links rüber? Oder gehen wir durch den Matsch? Glaub ich. Durch den Matsch, oder? Die Karre hängt auch fest dann. Das ist ein Unkipp, mein Mann. So, wie hat's mein Mann? Ja. Ja. Aber ich will dann echt nicht da drunter stehen, ne? Sonst springst du einfach zur Hände. Ne, ist klar. Naja. Aber es ist ein bisschen. So. Aber ganz ehrlich, ich würd halt auch nicht tragen wollen, ne? Gut, dass wir so einen scheiß Wagen haben. Alter. Du verliest doch den Spaß am Leben, ey. Oh. Das hat wehgetan. Fuck, Alter. Wollen wir rechts rum? Da ist weniger Gerumpel. Okay. Läuft. Wie warm das Wasser hier überhaupt. Herrlich. Mir ist richtig warm gerade, oder? Nice. Na, lass mal zum Schwimmen. Schwimmen, Junge. Boah, dann bring ich den mal zurück, oder? Gönn dir mal ne Pause, Bommel. So, liebe Kinder, hier sind wir gerade. Mit unserem Kanu lang geballert. Nein, kommen schon die nächsten Spezialisten mit ihrem Kanu. Es wird noch geiler, sag ich euch. Es wird noch besser. Ja. Wie soll es noch? Nuklo. Nuklo, nur genau. Äh, du hast schon gesagt. Ja. Pass auf, dass du dich nicht maulst. Naja. Wir sind gleich halt dabei. Na, macht's noch Spaß? Ja. Nuklo. 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 Na, macht's ihr noch Spaß? Komplett. Natürlich. Darf ich Ihnen helfen? Ne, ich fahr doch im Bus. Na dann. Viel Spaß. Habt ihr noch Spaß? Ja. Na ja, geht so. Dann sind die in die Küche die. Na ja. Das sind übrigens meine liebsten Hobbys. Latschen. Und schleppen. Da kommt ein Auto. Na, das ging ja gerade noch mal gut, ne? Muss man ihn noch mal drauf aufmerksam machen, dass er vielleicht nicht so um die Kurve rast. Da musst du rein. Es wird interessant. Wo ist denn der Weg hin? Na ja, der geht da in den Wald. Ich stehe auf Abenteuer, aber das ist doch ein Teuer. Doch, doch. Schrift. Na genau. Möchtest du das alleine machen? Alter, das wird ja noch schlimmer. Ja. Ne, komm. Fass mal an hier. Deswegen hab ich doch gefragt. Ich bin hier schon mal lang. Ach du Scheiße. Was ist denn Acker hier, ey? Es wird noch interessanter. Also Fritz und Bommel sind beim letzten Mal hier umgekippt mit ihrem Kano. Oh nein. Was ist ein cleverer? Durch durch die Malotze? Also mit unserem Kano sind wir links. Steffen und die anderen sind durch den Matsch. Ja. Na musst du aber durchballern. Können wir noch unseren Schwung hier. Ich nehm einen einfach. Und mich die Fesse hier brechen. Ja. Ich bin fast durch. Nur noch ein paar Meter. Ah. 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 Ich sitze aber einfach wieder drinnen. Ne, es war es noch nicht leider. Wir müssen da vorne noch einmal über die Wurzel rüber. Wurzeln. Da scheppert es nochmal. Stell dir mal vor, wir hatten keine Wagen. Da verlierst du auch den Spaß, ey. So, jetzt lass mal hier weiter rechts fahren, bitte. Das wird hier nämlich nochmal richtig scheiße. Warte, warte, warte. Und hier gleich scharf rechts. So, warte, warte, warte. Siehst du den Abhang hier? Also, entweder mit Schmackes, weil rechts kommt man nicht vorbei, dein Kanu ist zu breit. Mittig und einfach ein bisschen mit Bums. Das kommt von der Seite. Rechts. Oh, das war knapp. Das freu ich echt nicht oft. Vielen lieben Dank. Das sieht aus wie eine Grüne. Meins hätte man nicht rüberfahren brauchen. Nee, nee, nee. Guck mal mal her. Völlig überfordert. So viele Stückchen. Das macht keinen Sinn, sich im Wasser zu schütteln, Nicke. Danke. 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 Musik Musik